Hallo meine lieben Freunde, was geht? Wir kommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Walking Dead. Bewertet den Part und viel Spaß! Ah. Ja, nun? Maxi, Uschi! Hallo Uschi, alles fit? Was geht? Gut, Moment, was mach ich jetzt? Rüber rennen geht nicht. Hab ich denn irgendwelche Items eigentlich? Ne, ich glaub nicht, ne? Ah, die Leiter kann ich mit... Ja! Ja! Das sieht doch komisch aus mit nur einem Arm, ey. Ich hab's! Oh, verdammt! Oh, shit! Wooh! Die Bellen? Ja. Können wir uns ein paar Zeit. Wir können so viele wie wir können. Wir können so weit weg. Wir gehen auf den Rücken auf der anderen Seite, und wir müssen uns auf den Weg zurückkommen. Du solltest nicht sein, der zu gehen. Meine Legge fühlt sich besser. Ich mach es. Ich mach es. Wenn wir entscheiden müssen, wer einen Risiken wie das... dann sollte es der Typ sein, der das... ...leitste zu verlieren. Was ist das Schlimmste, das könnte passieren? Ich werde wieder gebeten? Also, wir sind dann agreed. Findest du, dass es laggt? Echt? Also, Game laggt nicht wirklich, außer das kurze Standbild gerade. Und das Stream bei mir auf der Seite lag eigentlich auch nicht unbedingt. Vielleicht sollte man so etwas mehr able-bodiedes zu tun haben. Sind du sicher, dass du es aufgeräumt bist, Lee? Sag das wieder und du kannst es herausfinden. Fair enough. Oder meinst du, dass es buffern muss, oder... ...puffern muss, oder was auch immer. Weil ich spiele auf... Also, ich habe den Stream auf 1080p gestellt. Und es kann halt sein, dass du deswegen... ...den Stream nicht laggfrei gucken kannst. Ha, 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 ha! Holy shit, man! Bist du okay? Ja, ich bin okay. Ich wünschte, dass ich meine andere Hand hatte. Hm. Huh! Ja, und nun? Ja. Das war's. Jesus! Jetzt geh zurück! Spring, Lee! Spring! Ich denke, ich muss zu schlafen. Es gibt keinen Weg zurück! Ja, das will ich sehen. Das ist nicht so weit, nur ein bisschen hoch. Easy! Easy! Nice! Jetzt raus! Äh. Ich bin nur... Jesus! Warte, die Patienten der Kanzler gemacht haben? Ja, sie waren warten. Ich bin Mühe von leben im Untergrund, ich glaube. Sie haben mich gebrannt und mich gebrannt. Warte, was der Herr passiert? Ich habe es dir gemacht. Echt? Ja. Ich habe es durch, das ist ein Start. Und... Ich dachte, es könnte mir ein bisschen Zeit verdienen. Du kennst das Bite aus meinem Körper? Hopefully, wasser wird passieren, dauert länger. Jesus. Omid, kannst du über die Fenze gehen und gehen uns in den Backyard? Wir sollten nicht in der Öffnung sein. Ja. Das ist nicht passiert. Alles ist so verabschied. Clementine ist noch da. Also, wir bekommen Clementine, und dann was? Wir bekommen die fucken aus der Stadt. Ich bin mit der Stadt. Wir gehen in die Lande und machen es. Ja, das ist eine gute Idee für mich. Niemand fragt dich. Du hast nur gemacht. Du bist einfach nicht so nett mit mir, Ben. Tell. Du erinnerst, wir hatten ein Bote? Ein Bote? Jeder hat es zusammengefasst. Nichts hat verändert, hat er? Nichts hat verändert? Ich meine, sofort. Wir bleiben auf der Straße. Wir bleiben uns nicht auf den anderen. Ja, entschuldigen Sie, Kenny. Die beiden, ne? Wir können das in der Küche machen. Ben, ich versuche zu Gott! Was machen wir ohne eine Böse? Findet eine kleine Stadt. Vielleicht eine, die nicht so schlecht wurde. An einem Moment werden die Leute wiederholfen. Und Sie und Clem sollten das sein. Ich weiß nicht. Wir haben eine Hoffnung. Wir alle machen. Auch du. Du bist zu sagen, wie du schon tot ist. Wo du gehst? Ich sage nur, wir sollten alle chillen. Nicht nur du. Chill? Lee ist bitten, und Gott weiß, wie lange er hat. Clementine ist, wie die fuck weiß. Und wir sind von der einzige Hoffnung, die wir hatten. So? Also, Lee sollte du in Crawford verlassen. Wir haben genug Probleme. Fuck du, Kenny! Warte, Leute! Nein, lasst ihn. Ich bin so, so, so sorry über Katja und Duck. Ich bin! Und ich weiß, dass ich mich verletzt habe. Aber stopt mich an, und stopt mich an, dass ich tot war! Nein! Du kennst dich, wie sie sterben. Du sagst, wie sie sterben. Du sagst, wie sie gesagt hast. Ich habe nie gesehen, meine Familie. Meine Eltern. Meine kleine Schwester. Du verstehst du das? Du bist, dein Familie ist weg, aber zumindest du sie sie verloren hast. Ich habe nie gemacht. Ich habe nie zu Hause. Sie könnten sie alive, oder dead, oder walkers, oder worse. Und ich weiß nicht. Also, gib mir eine fucking Pause! Oh, Ben. Um... Oh, shit! Hilly come! In the house! They shouldn't be able to get into the backyard, right? Maybe not. We can secure this place. Christa! Get on the windows in the front room. Check the boards. Got it. Kenny. Look for weapons. Gather anything you can find. Will do. Ben. Move anything you can up against the doors and windows. Got it. Omi. What is it? Front doors! Front doors! Oh, he's not in jail. Lee! Help! Cut their fucking arms off! There's gotta be a knife or something in there. Hurry! Ooh! Take their goddamn arms off! Get ready to fight. This place seems sturdy to me. I think we're fine. Yeah. 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 You see my ass! Get upstairs! Guys! Help me with this! Na gut! Aaaaaaah! Alle kommen zu den Enden der Hallwein! Was machen wir jetzt? Das wird uns langsam langsam werden! Wir kommen zu den Enden der Hallwein! Und nehmen einen fucking Stand! Wir können uns nicht selbst verletzen. Wir werden so viele wie wir können. Wenn wir eine Öffnung sehen, gehen wir weiter. Wie viele Böden habt ihr alle? 3 5 4 2 Ihr wisst alle, woher zu aimen. Okay, fünf gucken. Ja. 3 Ne, 2 habe ich jetzt nur noch. Einen habe ich jetzt nur noch. Ich bin raus! Ich auch. Wohin, wo gehen wir? Es gibt keine verdammte Öffnung. Los! Los! Wohin! 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 Ich glaube, eine Kugel hatte ich noch. Einmal und nie wieder. Ich bin hier. Ähm... Ich bin nicht gut mit diesen. Du legte es da unten. Wohin! 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 Oh! Wohin! 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 Wir müssen aber auch, werden auch Gleemetina weiter diskutiert! Was sie? Sie Mushieren? Das ist das Problem. Wir wissen! Okay, und dein Leben superficial ist, wie kommen Sie aus? Ich weiß! Nein. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Stopp. Wir können nicht panisch. Du denkst, dass das funktioniert? Ich weiß nicht. Ich hoffe so. Ich denke, dass wir eine Adulante sprechen müssen, über was passiert, wenn Lee einen anderen Spill nimmt. Hey, schau mal, wir könnten eine Larry-Situation hier schauen. Wer ist Larry? Es geht nicht. Er sieht gut für mich. Okay, was du willst? Just talk about it. Das Konversation endet mit mir, dass ich etwas verletzt habe? Jetzt, hey! Leute, ich weiß nicht, was passiert, bevor Omeet und ich kam. Aber wir können diese Brücke überraschen. Lee, ich habe nichts zu tun. Aber wie ist das nicht so? Wir haben auch so gemacht, über Clementine, dass wir vergessen, was für dich passiert. Mein Arm ist nicht das Problem. Ich bin nicht das Problem. Die 500 Walken in der Haus, und keine Tür in dieser Raum sind das Problem. Ja, vielleicht in der Moment. Aber wer muss sagen, wenn es ein Problem wird? In diesem Punkt, vielleicht nicht mehr Zeit, um es zu tun zu tun. Das ist aus der Hand. Du hörst mich an. Wir werden wir zurück. Wir werden Clementine zurück, mit oder ohne dich. Denn ich habe nicht alles gegeben, um zu sterben, um zu sterben, um zu sterben. Entschuldigung, okay? Fuck! Wir können das nicht tun! Wir werden müssen! Woo! You ruined that dude's face. Shut up, Freddy. Look! It's corroded to hell. What's on the other side of this wall? A 30 foot drop? No. This mansion butts up against the one next door. I'll be damned. We're not lifers on Alcatraz here. We can't spend the next three months digging through a wall. Boom! This wall ain't shit. Is this really possible? Yeah. We can do this. Okay. We'll work in shifts. Omid, Krista and I. Lee, you rest. We have to work fast. Sorry. Sorry. Me too. I get her. Go sit down. Okay. I'm glad you told us when you got bitten. It would have been easy not to. Yeah. Well. We probably would have let you go alone if you hadn't told us. Which would have been a mistake. If I were you, I would have been scared shitless. I was. The fucking thing. It happened so fast. You ever almost hit someone in a crosswalk? Almost? His license was suspended. Twice. Twice. What? Just... Wham! Thing was on me. Never saw it. Like someone in your blind spot. It's so weird. I keep doing a double take on your arm, expecting it to be there. I'm hoping whatever's in their bite is gone too. What do you think the odds are of that? I don't know. I know everyone's wondering. Even if it just slows down the process, I'd be happy. You don't mean that. What? What do you think? We figure out who he is. And why he's doing this. We can rescue Clem, but she won't be safe if this guy's not gonna stop. So, did your crew get into any shit before you met up with us? Yup. Is it possible to have survived and not gotten into some shit? And... You know... Whatever happens to you... Seriously, can we not talk like that? The entire time we were at the hospital, I could sense you think you're as good as dead. I was bitten, Krista. You cut it off! What good is it to plan around that worker? What good is it for you to give up? I haven't given up. We'll make sure she's safely. If that's what you're worried about. He's not. We're not having that conversation yet. What about him? We gotta support him. He's only a kid still. It's easy to forget that. He loses shit like that often? Nah. That was a first. It's good that he did. Kenny couldn't pull that shit on me. Kenny's been horrible to her. He blamed Ben for his family's death and... It's just more complicated than that. Well... Seems like he got through to Kenny. Whatever that's good for. Alright. I'm out of gas. You look good and rested. Sure. If you don't count an infected leg. You want me to do it? Nah, and you can hop in after me. No. Kleine. Weißt du? Er ist ein Kopf kleiner oder so? So, Leute. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet ihr den Part. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut da rein. pas genau an. Das ist mais nach besser.